Einwände gegen Gottes Gesetz Dann kommt das neue Evangelium, welches das Gesetz und die Propheten auflöst. Auch hier gilt wieder, dass diese Annahme völlig nachvollziehbar ist, denn der Vers erweckt schnell diesen Eindruck. Jedoch muss man nur einen Vers weiterlesen, um zu erkennen, ob das Gesetz seine Gültigkeit verloren hat oder nicht. Mehr muss man dann auch nicht mehr zu dieser leicht missverständlichen Stelle sagen, denn die Worte unseres Herrn stellen es für uns klar. Doch das bedeutet nicht, dass das Gesetz seine Gültigkeit auch nur im Geringsten verloren hätte. Es ist stärker und dauerhafter als Himmel und Erde.